moin moin und herzlich willkommen zurück zu die elder scrolls arena ich bin es euer maxeus und wir haben vor hier noch diese ecke zu erkunden herauszufinden was wir da an schätzen finden und dann gehen wir hier unten mal ins kellergebirge das heißt hierfür müssten wir jetzt mal wieder hier nach links das ganze glaube ich geradeaus durchbar müssen wir gleich irgendwo verlinkt müssen wir noch hin bitte sind hier nicht noch mal irgendwelche hüllenhunde waren vorhin doch jetzt noch ein bisschen vieles und hier ich glaube, wo kommt es da drin her? war ein bisschen, aber viel hier gibt es keinen Schatz hier ich höre eine Medusa ich glaube, das ist eine Medusa, was ich da höre die man eben nochmal sehen wenn das eine Medusa ist das geht in Ordnung oh, da war eine geheime Tür das mal so und das wir ab hier mal die der wertlosere hier hier zum troppen auch kiteshield jetzt ich das vielleicht sind die auch magisch und viel wert gibt es uns gar nichts mehr was da keine ahnung jetzt haben wir hier hinten alles durch das heißt wir können uns den ganzen weg nach dahin wieder unter rund natürlich mal gucken was die portions wieder sind ja komm ich habe springen irgendwas habe ich genommen ich bin cool hier mit den wänden aber ich speichere mal das hier vielleicht mal auf ich habe keine ahnung ob das jetzt dauerhaft ist und ein geist das jetzt dauerhaft hier gehen wir erst einmal hier nach ich habe keiner das ist ja da war doch hier führts nirgends vorhin Ach, hier ist noch eine Heimat-Tür. Hier mit Tür. Ach, das Ding ist auch schon vorbei. Hier ist der Hopse. Ach, vielleicht auch. Cardi? Ich bin nicht mehr auf uns. Kann ich von hier? Nein. Die Schätze werden mir sehr, sehr wichtig. Ich weiß drauf, was mit dem Königreich hier passiert, das Kaiserreich meint. Ich will die Schätze haben. Natürlich. Na, aber hier sieht es schon aus, als müsste ich... Das sieht aus wie so ein Bett auf... Kann es sein, dass ich hier schon rieche. Aaaaahhh... Ich bin nicht auch noch auf dem Sack. Ein Potion. Ganz schön viele Potions hier bekommen. Nichts. Und halt auch. Hab wir sehen von denen. Irgendwas. Ne, da kommen wir nicht weiter höher. Jetzt stecke ich hier fest. Hier haben wir aber ein Sätzchen. Boah. Weckt mich nicht zu. Spielhelm. Ich weiß schon, was wir machen. Schauen, was wir hier wegschmeißen können. Den Plattenhelm zum Beispiel. Droppen. Kanto können wir droppen. Klasik. Boahama können wir droppen. O-Ex. Lassen wir erstmal noch da. 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 Spielhelm nehmen wir mal mit. Ja. Schreibt auch nicht alle. Oh, da ist noch ein blauer. Das ist jetzt einer, das auf drei Ebenen geht. Oder was? Das ist die Frage, wo gehen wir hin. Wir haben hier hinten noch ein paar vergessen, aber dann gehen wir mal später hin. Würde ich sagen, wir machen den Raum und dann Heap. Weil wir hier durch sind, schauen wir uns hier unten nochmal um. Ja, das klingt am blau. Das ist die Tür. Geist, ey. Welt nehmen wir immer mit. War es wohl hier, oder? Und wieder diese Dreckspinnen irgendwo. Und auch keine geheime Tür. So, liegen da alle drei da. Hier ist mir hier gerade. Und hier gibt es den. Dann einmal. Lassen wir liegen. Okay. Hier haben wir durch. Außer den Raum. Den Raum hätten wir vielleicht zuerst machen können. Ja, den können wir auch nachmachen, wenn wir wieder hochgehen. Wir müssen ja eh wieder hier hin. Das heißt, müssten wir einmal hier hoch, dann rechts. Und dann wieder rechts. Egal. Egal. Ist. Dann. Soweit wir den hier erledigt haben. Machen wir hier nochmal ein Save Game. Und wir heilen uns erst mal. Heilen uns mit mir. Machen wir hier nochmal ein Save Game auf die. Gehen wir hier mal. Wow. Schauen, was wir hier finden. Außer noch Geist. Wenn es auf den Geist geht. Da hinten auch noch einer. Oh. Lava. Den wird ich lieber noch nicht hin. Und da kämpfe ich lieber gegen den Geist. Heilen. Ja, wie viele Gegner kommen mittlerweile. Echt jetzt. Das ist schon mittlerweile. Drei auf einmal. Oder sogar mehr. Irgendwas Spiel. Ich bin wirklich schon so gut, dass ich... Achso. Da gab es so oder so nicht. So reichte ich angehen. Mhm. Bösen wäre vielleicht da was. So auf der mittleren Insel. Ich denke nicht, dass ich so gut springen kann. Gehen wir mal hier. Und hier gibt es hier einen Schatz. Und keinen Geist. Ah, Minotaurus. Das wird klar. Und Schatz. Und Saber. Ich muss eigentlich schon sehr viel Saber hier eingesammelt haben. Und wo muss ich hin? Achso. Die Tür. Hm. Muss ich schauen. Ich würde sagen, wir gehen da nochmal runter. Richtung Süden. Den Bereich. Haben wir noch gar nicht erkundet. Das fehlt uns nicht. Die Tür. Und dann nochmal. Wenn ein Plague over the door reads the tension. Hier? Oh. Hier, den kann ich jetzt noch. Müllen. Ich möchte nochmal hier schauen. Und was wir wegschmeißen müssen. Lassen wir. Dealhelm. Droppen wir mal. Ich glaube, Saber können wir auch droppen. Und die. Wir hatten wieder 100 gehabt. Wir hatten 100 gehabt. Die habe ich hier jetzt wieder verbraten. Ach ne. Ach ne. Jetzt bin ich diseased. Hier gibt es nichts. Schau mal. Vielleicht hilft uns eines der Potions. Ah. Jetzt. Ich bin wieder healthy. Ah. Perfekt. Noch ein Potion. Und. Noch ein Potion. Das sind also die Kerker. Die Zellen. Okay. Es ist wieder da rum. Überrechte jetzt. Nope. Okay. 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 Und hier lang. Und hier. Ex-Geister. So. Nochmal Healing. Und Healing. Noch einer. Der mich attackiert. Irgendwo. Nee, aber den Strom da hinten hat. wird ja auch noch nicht verkündet. Das wird ja auch noch nicht verkündet. Keine Ahnung von wo. Hm. Ja. Na super. Den Bereich haben wir auch schon durch. Das heißt hier jetzt den ganzen Weg wieder verfolgt. Das kann doch nie wahr sein. Hä? So. So. Oh. So. Dankeschön. Hier. Sind wir in dem Lava-Raum. Wo ich nichts reinspringen will. Und so erstmal wieder hier. Hier machen wir nochmal ein Safe-Game. Drei. Dann schauen wir mal. Ich glaube rechts rum. Genau hier rechts rum müssen wir einmal. Ja, genau. Ja. Hier ist auch niemand. Weh, ich bin wegen dir wieder diseased. Ah. Nichts. Da ist ein Spohn. Hier führt es. Im Grunde nirgendwo hin. Oh, Schatz. Ja, dann müssen wir jetzt hier noch eine. Oh, nein. Verdammt. Wo haben wir gespeichert? Ob der zwei oder ob der drei? Ich glaube drei war das, ne? Ja, okay. Hier haben wir gespeichert gehabt. Das heißt den Weg noch einmal kurz vor nochmal machen. Hier haben wir nichts. Hier haben wir nichts. Hier waren doch... Und jetzt schnell. Und jetzt schnell. Heilen. Der hatte nichts. Und der hat... Und dann haben wir hier jetzt wahrscheinlich was neu. Na, Gold und Potion. Okay. Besser als das, was es vorher war. Wollen wir da vorher nichts magisch machen. Durch. Dann machen wir hier nochmal ein Save-Game. Ich würde so einen gerne behalten für mich. Genau hier geht's weiter. Hier geht's weiter. Ah. Warte mal. Jetzt. Mal schauen. Hier geht's also runter. Dann würde ich hier den Save-Game nochmal... Und dann ab nach unten. In der dritten Ebene sind wir jetzt. Ja. Dann würde ich sagen, ab hier machen wir in der nächsten Folge weiter. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's. Euer Max Deus. Und... Ciao. Euer Max Deus. 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 Euer Max Deus.